Hallo Sebastian. Zuerst mal Gratulation zum Man of the Match. Ihr habt am Anfang ziemlich stark gespielt, aber in der letzten Viertelstunde ist es eher ein Kampf geworden. Wohan ist das gelegen? Die Prägenzen sind keine schlechte Mannschaft. Es war klar, dass sie nicht so leicht zum Biegen sind. Die haben uns einen harten Kampf geboten, aber wir haben Druck geschlagen. Es ist wichtig, die zwei Punkte zu Hause.